Servus Leute, ich bin's QGlocke und packt die Glocken aus, jetzt wird geklingelt, denn heute gibt es mal ein bisschen Black Ops 2, und zwar live kommentiert. Hat es ja auf meinem Kanal noch gar nicht gegeben, deswegen starten wir direkt mal Hardcore Domination. Und wenn ich noch weiter so geschwollen reden muss, dann raste ich richtig aus, dann krieg ich schon der Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie so viele Leute. So geschwollen reden, so richtig so aufgetorkelt, so kennt ihr das? Das ist so eine Sache, die mich richtig am Tag aufregt immer, wenn ich in der Arbeit bin, wenn ich da höre, wie Leute telefonieren. Also, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Nanana, ich habe diesen und diesen, boah, Leute, hört mir auf. Ja, wir searchen jetzt erstmal, wie Sie sehen, sehen Sie nix, denn es geht nicht voran, meine Freunde. By the way, kann ich kurz erwähnen, dass ich mein Spiel vor ca. 3 Stunden oder sowas auf Englisch umgestellt habe. Und, ja, deswegen läuft bei mir, würde ich sagen. Ja, Cargo, nicht so eine Lieblingsmap von mir, ich hätte jetzt lieber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas anderes auf jeden Fall gespielt. Ja, wie dem auch sei, wir werden jetzt erstmal richtig zerbersten, würde ich sagen. Und, ähm, ja, ne? Ähm, by the way, muss ich noch sagen, habe ich meine FPS-Anzahl angelassen, beziehungsweise habe ich sie einfach nicht, äh, ausblenden lassen. Sagen wir es mal so, ne, meine Freunde, ja, 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 ja. Und, da könnt ihr dann sehen, wie viel FPS-Drops, dies, das ich habe und so. Sie müsste auf mittlere Grafikeinstellung sein, glaube ich, also eigentlich ziemlich schlecht, aber, pff, für mich reicht es so. Hier läuft sowieso immer, Alter. So. Sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Ja, okay, sorry, my f***er. Nein, wo war der? Oh, der habe ich ja gar nicht gesehen, meine Freunde. Also, ich muss, äh, noch dazu sagen, natürlich, ich bin richtig schlecht in Black Ops 2, na? Ich kann dieses Spiel einfach nicht und deswegen mag ich es auch nicht, aber das habe ich, glaube ich, schon 100 Mal erwähnt, ähm, von dem Kanal. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber das, das spielt sich gar nicht mehr, also, es spielt sich schon wie ein COD-Teil. Aber, ich muss echt sagen, so ein bisschen, was mir so vorkommt, kurz was hören, was mir so ein bisschen vorkommt, dass die neuen COD-Teile jetzt gar nicht mehr so COD-like, äh, wären, so, ja? Also, ich finde, so, MB3 war noch echt ein COD-Teil, was sich wie ein COD-Teil auch angefühlt hat beim Spielen, so, wisst ihr? Das, das kann man so ganz schlecht erklären, irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr wisst, was ich da jetzt meine damit, ne? Es ist so, jedes Spiel, was man spielt, fühlt sich ja in irgendeiner Weise irgendwie an, wie soll man sagen? Man hat so ein, äh, ja? Kämmt eh hier irgendwo. C, sagst du? Lass mal A einnehmen. Irgendwo blinkt doch was. Ach, ist von mir, okay, alles klar. Von uns besser gesagt, ne, meine Freunde? Das ist ein Nate. Die rollt einfach eiskalt zu mir, krä! So, wat? Okay, wir müssen kurz ein bisschen campen. Es war so klar, dass sie von oben kommt. Und ich wusste es, irgendwie. Pack den Typ weg, Mama! Ist so, gell? Ist so, Brudi. Dann ist er da gegangen, in kleine Ruhe. So, wir gehen jetzt mal hier wieder runter. Ich weiß nicht, warum ich in dem Spiel so schlecht bin. Also, ich... Ja. Oh, ich bin ein Tüber. Ich kann nix. So. Hi. Irgendwo ist der Tüber, aber ich weiß nicht wo genau. Bist schon ein Tier. Ach, gerade noch so bekommen, ey. Das ist einfach das Aim bei mir schon wieder. Krass, Alter. Fünfer Killstreak. Ey, übertreib nicht. Ich hab mal ne Drohne... Oh, was? Oh, dieser Bastard, Junge. Wo ist der? Sorry, Alter. Ich sag einfach nix, ey. Sorry, Alter, hat er geschrieben. So. Ah, also, das ist so die einzige Waffe, die ich richtig geil finde in dem Spiel. Das ist noch einer, der kleine Wix-Tuber, Alter. Komm her, du... Kleine Nutte, Alter. Komm her, wo bist du? Oh, crazy mazy, ey. Oh, Tube doch nicht. Was soll das denn, Junge? Ey, COD, ne? Ich sag euch das. Damit kann man, aber muss man nicht leben. Ach, scheiße, ich wollte den nochmal holen. Jetzt halb Zeit, ja. Oder nicht? Ach, ich hab keine Ahnung. 18,3 bis jetzt. Ich hoffe, das bleibt so, beziehungsweise verbessert sie noch. Ähm, was kann ich dir noch so ein bisschen erzählen? Ja, ich hab ja gehört, so, äh, von ein, zwei Leuten, ich soll nicht so viel reden im Spiel. Ähm, mach ich aber trotzdem, weil es Spaß macht, ja. Aber jetzt hab ich Lightning Strike. Okay, ähm, best English skills von EU her, gut. Pff. Alter, das war ein Zusammenbau von dem Satz. Das ist ja... Ah, ich wollte hier noch Punkte geiern, aber nee. Ach, geile Textur, ey. Herrlich. So, wir chillen, millen hier erstmal in der Runde. Ist das ein Teammate? Ja. Alles Wohl, ich hab leider keine Nades dabei. Das ist eine coole Pose hier, muss man ja erstmal zugeben. Oh, Leute. Meine Blase drückt gerade richtig hart, gell. Ich muss richtig pissen, ey. Pissen muss ich. Wieder pissen von dem Mann, ey. Das war... Das Vergleich. Boah, geil. Ich hab Orbital-Satellite, hab ich. Ah, boah. Was? Oh, was ist das denn, Junge? Oh, dieses Elektro- und Claymore-Geficke die ganze Zeit in diesem Spiel. Ne? Boah, ey. Erregt euch diese Schock-Dinger da auch die ganze Zeit auf? Ey, crazy, ey. Okay, wir müssen... Ich muss hier ein bisschen näher ran, dass ich die Gegner gescheit sehe auf der Karte. Aber hier kommt einer. Oder der chillt da nur. Ah, da... Es liegt da. Nix da, meine Freunde. Ich hab Orbital. Ich hab Wallhack, RSD, das. Von Forma her, bester. Mann. UAV. Okay, wir haben noch Orbital. Das tut uns nicht rauszuballern. Bisschen logisch und taktisch. Voll genau da weiner. Boah, hat gerade geleckt, ne? Habt ihr das bemerkt? Okay, raushauen, schnell. Den haben wir. Jetzt gehen wir hier hoch. Zack. Gehen wir hier hoch. Zack. Holen den hier runter. Zack. Bestplay EU. Kurz mal... Das Ding hier rausballern. Ah, da hat der Lightning Strike leider den... Ich hab noch einen. Aber wir chillen ein bisschen. Hä, ich hatte doch noch einen, oder? Ja, ich hab... Ne, hab ich nicht. Ach, keine Ahnung. Warum lauf ich jetzt hier so komisch rum? Ich weiß es auch nicht. Guck mal. Hier müsste... Oh, hab ich mich gerade erschrocken, ey. 10er Killstreak. Ich mach jetzt nuclear, Leute. Wär's solo nuclear, Alter. Das wär jetzt echt premium, meine Freunde. Zeigt euch, zeigt euch, zeigt euch. Ich seh die euch. Ne, ne, ne. Nix riskieren, meine Freunde. Nix riskieren. Da kommt ne Nade eingeflogen. Wir laufen natürlich weg, weil wir Skiller Miller sind. Die sind alle schlecht, wisst ihr das? Ah, die sind hier oben, ne? Ja, ich packe jetzt einfach mal das Ding raus. Ja, nuclear, würde ich sagen. Und das war wohl nix mit der nuclear. Ich hab mich auch blöd angestellt. Muss man leider mal zugeben. Jui, wie wurde er natürlich destroyed? Ist natürlich, äh, klar. Alter, ich hab... Alter, Junge. Das ist mein bestes Gameplay. Also da muss ich jetzt sagen, ich bin ein bisschen erstaunt. Ne? Aber aim, ich kann einfach... Ich hab kein richtiges Aim in dem Spiel. Ich weiß nicht, woran das liegt, ey. Ich glaub, meine Maus ist auch einen Ticken zu schnell eingestellt. Boah, Leute. Schaut ihr den fucking Triple Kill an, ey. Wo? Was? What the fuck? Noch ne Uiwi raushauen, das kann nie schaden. Ist da immer mal ein bisschen nützlich, so ein Ding. Der Mia ist da runtergesprungen, hab ich gehört. Ah, scheiße, man. Da hab ich aufs Radar geklutscht, ey. Wie so ein hässlicher Fisch, Alter. Oh, egal. Auf jeden Fall ein gutes Gameplay. Kann man nicht sagen für live. Und ich bin echt kein guter Black Ops 2 Spieler. Das können sehr viele im TS bezeugen. Das war jetzt echt ein Notfalls-Dropshot. Nein, das Ding geht auf mich. Ja, natürlich, Junge. Ich bin doch extra weitgesprungen. Da kannst du nix machen, ey. Egal, trotzdem Spaß gemacht. Irgendwie ein bisschen. 58 habe ich. Oder? Ja, und ein Catch. Da guckt ihr euch das Ding an, ey. Schau, wie ich wegjump. Schau. Zack, weggejumped. Aber nix, meine Freunde. Nix. Und ein Defend. Also alles gut. Ich hab alles gemacht, was man machen muss. Und, äh, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es könnte, by the way, sein, dass der Sound ein bisschen asikron ist. Aber da muss man mal ein bisschen gucken. Dies, das, ananas. Wie wir das hinbekommen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und, ähm, ich würde sagen, lasst eine Bewertung da, falls es euch gefallen hat. Und, ähm, schreibt mir natürlich, äh, Kritik, wenn es euch nicht gefallen hat. Und so weiter und so fort. Dies, das, ananas. Wenn ihr mehr sehen wollt, ihr wisst Bescheid. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis dann. Servus, Leute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020